so ich habe keinen hell mehr deswegen ist es ja 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 okay 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 dann 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 kann man es auch so lassen das funktionieren das weiß ich jetzt wie es geht na ja dann kann ich das auch noch machen ich bin hier oben auch noch nicht fertig seit blöd hier mit dem wasser jetzt mache ich das obere wasser einfach noch mal weg mit was mit das weg das wird das gute fichte holz der alte peabody da wollte doch hier ein paar fichten anpflanzen dann kam martin mcfly und hatte voll umgeranzt die fichten jetzt komme ich ja nicht hoch toll blödes wasser lass mich jetzt da rein das ist ja schlimm wenn es sich 24 stunden playlist wenn dann könnt ihr darauf wetten dass ich hier alles mal durchhören und wenn ganz so rotz hier was mir nicht passt rausschmeiß aber so ist mir das wirklich zu viel arbeit 24 stunden playlist durchhören das können da vergessen deswegen überspringe ich das einfach das ist viel einfacher so gut dann hätten wir hier oben eigentlich alles so ziemlich fertig das heißt die dinge auch ja nachts können hier viel ja schon mal sporen aber sonst halt nicht deswegen müssen wir noch eine decke draufzimmern aber dafür brauchen wir noch mehr holz ich habe schon wieder nix mehr ach nee ich habe hier noch einen ganzen steck hat weil dann der holzfront auch schon wieder frisch aus so und hier mache ich mal fackeln hin ganz einfach aus zur sicherheit dass mich hier nichts runter schießt ich will jetzt war die xp nicht aber trotzdem sterben ist immer so eine unangenehme sache ja wie viel darf es nur hoch sein zwei ja also es kann auch drei aus seiner sprung hat in der spaz mehr und die brauche ich bin ich jetzt schon wieder irgendwas wo was stehen bleibt doch was ist denn das steht erst nicht noch mal bitte tag kann ich gerade nicht ich kann auch gerade nicht jetzt weit da sagt jetzt kommt mir gar nicht mehr raus auch doch 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 weil hier bleibt stehen was ist das ist denn das so ein dringender zombie steht der mir nichts machen kann so jetzt spenden endlich dann wird es auch tag wieder kann doch eigentlich gar nichts stehen oder dann machen wir das so ein neuer morgen beginnt mit neuen heraus das fall ist sie zurück fließt ja kein wunder noch mal einfach da noch einen wenn man da stehen dann mache ich da noch einen jetzt trotzdem nicht doll wenn ihr euch fragt warum ich gerade so leise bin ich lasse einfach mal den marcel sprechen ja ich komme mir gerade aufricht vielleicht findet ja jemand witzig wenn ja dann gibt den daumen nach oben es tut jetzt alles fließen warte mal jetzt muss erstmal ja so also das fließt alles das hier fließt auch nur das bleibt dann hier in der ecke man bei mir in der ecke hängen das gibt es so zack 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 Oh, was habe ich denn hier gebaut? Guck mal hier, wieder Pfusch am Bau. Guck mal hier, Pfusch am Bau hier. Nichts gibt es ja nicht. Oh, nee, das nicht. Oh, das Glas ist weg. Das Glas ist weg, meine ich. Ach so. Nicht weg, nein. Nee, 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 nee. So, so. Jetzt. Ups, die Fackel will ich wiederhaben. Wasser. Wenn es überhaupt geht, ich weiß nicht. Mach doch, wieder. So sehe ich das. So ist das schön. So will ich das. Und ich ziehe hier gerade mal die Wand für unseren Spawnraum hier hoch. Zack, zack, zack. So will ich hier, bleibt mir jetzt stehen. Hier bleibt mir jetzt stehen. Toll. Oh, hier ist eine Spinne. Hilfe. Bäh. Die Spinne ist über mir. Hilfe. Wir brauchen gleich den Shader wieder an. Warte. Jetzt komm hier hoch. Wieder hoch. Wir brauchen unbedingt noch anderes Holz. Ich finde, wir hätten das hier oben nicht aus Holz bauen sollen. Aus... Fichtenholz, weil vom anderen Holz hätten wir nämlich viel mehr. Als wenn wir jetzt halt hier alle fünf Minuten farben gehen. Aber naja, was soll's. Warte mal. Wenn ich jetzt hier bin, dann bleibt mir jetzt hier stehen. Oh Mann. Das ist hier so ein Scheiß. Da, das wollte's meine ich. Dann muss ich halt machen, dass mal von da auch nochmal nach da getrieben wird. Und dann geht das. T slash set warp. Falle. T slash home. So, ich hab jetzt keinen Bock, da ständig runter zu springen und da irgendwo Glas zu zettepen, dass ich rauskomme. Du kannst da raus. Da muss ich nichts noch gut machen. Ach, guck mal, was wir hier noch haben. Fichtenholz. Eichenholz. Fichtenholz, Birkenholz, Tropenholz. Fichtenholz haben wir nicht mehr so massig. Eieieiei. Wir haben einen ganz schönen hohen Holzverbrauch, mein Lieber. Ja, ich würd gerne mal wissen, wenn ich jetzt hier... Wenn hier jetzt ein Monster steht und dann von hinten auch ein Monster kommt, ob das dann nach vorne getrieben wird. Eigentlich ja schon, ne? Ja, eigentlich müsste das schon gehen, ja. So, mal kurz slash back. Dann bin ich wieder hier, Gott sei Dank. Dann, ja, dann mach ich einfach das... Das Schild da wieder weg. Dann bleibt man hier stehen, dann bleibt das hier oben und dann... Wird man dann da hingetrieben. So. Pfff. Was machst du? Ich bin schon wieder abgestürzt. Teil. Erleck mich doch. Das ist mein Skin jetzt. Jetzt hab ich den Dominix. Also, es funktioniert. Hallo, ich will mein Skin wieder haben. Was war dein Skin? Also, außer dieser eine Stelle funktioniert es jetzt. Alles klar. Schaufel, Axt, Schwert. Jetzt komm ich ja nicht mehr raus. Komm jetzt raus. Boah. Ja, komisch. Ich krieg jetzt irgendwie mein Skin nicht. Hast du da dein Skin? Hab ich mal... Siehst du meinen noch? Ja. Ja, dann funktioniert es. Vielleicht muss ich mal einen Relog machen. Obwohl, ja, kann ich ja. Ich mach das jetzt einfach mal so zu, dass wir da noch... Irgendwie hat hier auch was rumgepackt. Lass mir hier zwar noch reinkommen, aber die Monster dann... Naja, wir können es eigentlich dazu machen. Ich krieg mein Skin nicht mehr. Jetzt hab ich den Dominix-Sein-Skin. Das pisst mich grad übelst dran. Sind die Skinserver wieder down oder was? Genau. Wenn du da oben fertig bist, können wir sie eigentlich mal ausprobieren. Außer, dass ich halt noch nicht die Spinnen da oben gemacht hab, dass die da raus... Na, das muss ich auch noch machen. Das muss ich auch noch machen. Hab ich grad von uns vergessen. Ich hab ganz vergessen. Oh, man, oh, man, so. Weil... Also das eine ist, dass die hier hochgetrieben werden, aber das andere ist, dass ich bin noch nach da getrieben werden, wie war denn das? Ah, nee, das muss ich mir angucken. Ich weiß nicht mehr, wie das war, dass das... Da hab ich jetzt keine Ahnung mehr. Kannst du das auch hier nochmal ein bisschen optimieren, weil... Ja, soll ich dir die Map schicken oder was? Ja, wär schön. Während der Aufnahme? Nee, nicht während der Aufnahme. Können wir dann dann... Was machst denn du hier drin? Sag mal, ey. Die Musik hier ist manchmal echt ein bisschen nervig. Ja, weil wir dann... Ja... Das sollte schon ein Brei... Ein weiter nach hinten sein. Symmetrisch, wie hier. So, wie jetzt? So soll das sein. Und da hast du es hier nicht gemacht, da nicht gemacht und da nicht gemacht. Ups. Na ja. Passiert. Ich muss was essen. Hast du was dabei? Ja. Hast du mir bitte mal so zwei oder so? Ja. Danke. Ach, tatsache. Guck da hinten, ob ich das tatsächlich ein zu weit raus gebaut. Das soll doch so sein. Ach so, ein zu weit soll es sein. Ja, damit die da spawnen können. Damit wenn dann hier jetzt bitte... Ja, ist das egal. ...sind, dass die dann hier reinlaufen und dann... Ist ja jetzt egal. Wie ist es jetzt egal? Lässt du das jetzt so? Ja, natürlich. Toll. Ob da jetzt was spawnen oder nicht spawnen? Auf das eine Viech kommt es jetzt auch wieder. Eigentlich sollten es ja eigentlich zwei sein. Weißt du, wir können eigentlich hier noch solche Half-Steps platzieren haben, dann kommen hier keine Spinnen. Das heißt, du müsstest die Spinnen gar nicht aussortieren. Hä? Hat der Typ in dem Video gesagt, wenn du hier Half-Steps hin machst, dann können da keine Viecher drauf spawnen. Also kann er gar nichts spawnen. Ja, doch, doch, aber keine Spinnen. Es können keine Spinnen bauen. Das geht doch nicht. Ja, dann machen wir das, können wir es so lassen. Fäden brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, wir haben ja Schafe. Also wenn wir Wolle brauchen, ist jetzt nicht so, dass wir uns das aus Fäden zusammen machen müssen. Was? Das sterben halt noch nicht, weil ich das noch nicht gemacht habe. Weil ich nicht mal weiß, welche. Ich habe das, glaube ich, total falsch gebaut. Ja, aber wenn keine Spinnen rauskommen, dann ist ja gut. Ja, dann machst du. Ja, mache ich ja auch. Ja, aber jetzt nicht. Ja, ich habe mich jetzt hier erstmal zu bauen. Kann man das nicht beim nächsten Mal machen? Ja, ich sage doch, ich muss hier oben noch zu bauen. Ja, beim nächsten Mal. Wie beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal. Das wollten wir doch jetzt noch fertig machen, oder? Ja, nee. Ich habe eigentlich gesagt, bis ich da fertig bin. Und da ich jetzt eigentlich soweit fertig bin, wenn du da oben noch die Halbzels reinmachst, später dann. Ja, dann lass mich hier wieder ins Loch das Dach reinziehen. Wenn dauert es noch, gib mir halt, ich komme auch. Gib her. Ja, du willst schon wieder fertig werden, ne? Man merkt schon, wie du das kein Problem hast. Ja, ich will fertig werden. Ich will auch, dass das hier ein, zwei breit ist. Eigentlich. Aber nee. Da hast du Holz. Dann habe ich jetzt noch das, was ich hier in der Hand habe. Toll, vier. Wieso vier? Das sind 64. Da waren aber noch vier da, nur. Dafür kann ich nichts. Ich habe dir nichts der Kinn geschmissen. Ja, warum hatte ich dann auf einmal vier mehr? Weiß ich nicht. Ich habe dir eins der Kinn geworfen. Vielleicht hat es die noch im Inventar und wusste es nicht. Ja, aber hat er mir die dann als Ersten reingelegt? Ja. So sind es. Ich hatte aber nichts mehr. So mehr habe ich nicht. Ja, dann reicht es ja zum Glück doch noch. Der letzte Stack, pam, 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 pam. So, gut, jetzt müssen wir uns zurückhalten, weil dauernd ist zu. Oder was wir benutzen, so einfach mal. Nee, wir gehen einfach auf Slash Home. So, dann gehen wir hier rein. So, dann gehen wir hier rein. So, dann gehen wir hier rein. So, dann gehen wir hier oben noch. So, dann gehen wir hier oben noch. So, dann gehen wir hier oben noch. So, dann kannst du das. So, dann bleibt man halt hier stehen. Das ist halt, ja, weiß nicht. Ja, gut, es trifft sich auch wieder. Du hast echt ein gutes Timing. 45 Minuten, da gibt es nur einen ganz leichten Überzug. Und hier muss ich noch den Kinn. So, dann bleiben wir hier stehen. Super. So, hier werden jetzt alle gesammelt. Das ist doch schön. Die Sammelstelle. Wo bist denn du da oben? Ich stehe immer noch hier oben. Ey. Ah, jetzt. Was machst denn du? Ich bin die ganze Zeit da unten gespawnt. Ja. Ich sag, den Kopf ist dauernd muss ich da an der Seite noch wegreißen. Das können wir später machen. Wo bist du jetzt hin? Ah, ja. Endlich wieder zu Hause. So, und jetzt? Jetzt bin ich bei meinem Home. Und jetzt komme ich wieder zurückgelaufen. So bin ich wenigstens unbeschadet wieder runtergekommen. So, das ist jetzt also hier unsere Schallplattenfirma. Nen, das funktioniert, was du da sagst mit den Spinnen. Dann ist das schön. Ja, eigentlich schon, weil auf Half-Step kann ich spawnen. Ja, dann kann gar nichts spawnen. Ja, und daneben kann keine Spinne spawnen, weil eine Spinne 2x2 braucht. Oder 1x2. Wenn sie dann im Wasser sind, können sie dann nicht mehr raus, oder was? Auch. Hallo, Spinne. Kannst du nicht treffen, tut mir leid. Mann, hab ich denn hier nur mit Idioten zu tun. Sag mal. Du bist zum Fall ein Idiot, du. Ja, ich kann sie nicht treffen. Ich kann sie nicht treffen. Ja, hier, ich stand hier. Warum bewegst du dich dann auch nicht? Ja, weil meine Hand gerade nicht da war. Also wie bei dir. Ja, ich war meine Hand. Ich stand nur meine Hand auf der Maus. Ich kann sie nicht treffen, ey. Er kann nicht schauen. Ey, sowas habe ich noch nie gehört. Ich kann sie nicht treffen, ich kann sie nicht treffen. Wenn du nicht brav bist, machen wir jetzt noch eine Viertelstunde. Nein. Na gut, dann machen wir... Viertelstunde, warum wir müssen noch eigentlich, weil wir... Wie... Machst du 15 oder 20 Minuten? Ja, wieder 15 wahrscheinlich. So. Ja, okay. Ja, ne? Ja, ja, dann... Dann sind wir noch nicht fertig. Ja, gut, wir sind fertig. Ja, dann sind wir jetzt fertig. So, halb. Da oben ist ja noch was und dann sind wir fertig. Mit dem Blick auf unsere schöne Schallplattenfirma hier verabschieden wir uns mal wieder aus dem Let's Play Together Mienekraft. Keine Ahnung, ich stelle mich einfach... Keine Ahnung. Ja. Der PC nimmt übrigens immer noch auf. Ich hoffe, meine auch. Hoffe ich. Der PC, ne? Wenn ja wie die Festplatte abgeht, ist voll übel. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss, ne? Jo. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Ne, Marcel? Ja. Hast du ausgewacht? Nein. Ich auch nicht. Das ist gut. Lalalala. Hör mir deine Musik noch zu. Also, ich glaube, ich mache jetzt aus, wenn es nicht schwierig ist. Ja, dann gut, dann mache ich aus. So, pass... Warte mal, warte mal. Pass mal auf, pass mal auf. Ja. Ich mache genau jetzt. Also, pass auf, genau jetzt geht das Licht aus. So, pass auf. Achtung. Genau jetzt. Und jetzt. 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 ocyst